Eine neue Dimension von Technik ist da. Die neue Mercedes Klasse 190 und 190E. Mit diesen Fahrzeugen ist es gelungen, Mercedes Technik und Mercedes Qualität erstmals in kompakter Form zu verwirklichen. Vorbildliche Fahreigenschaften bei gleichzeitig extrem niedrigem Verbrauch, erreicht unter anderem auch durch eine ausgezeichnete Aerodynamik. Ohne Kompromiss bei Sicherheit und Form. Spitzentechnik, die wegweisend ist. Neue Dämpferbein-Vorderachse und revolutionäre Raumlenker-Hinterachse. Das ist Sicherheit auf Mercedes-Benz Niveau. Konsequent verwirklicht durch neuartiges Material und moderne, sparsame Vierzylindermotoren. Mit hohem Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen. Die neue Mercedes Klasse 190, 190E. Spitzentechnik in kompakter Form. Untertitelung des ZDF für funk, MDR TUX, 80khz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020